In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Gutscheine auf der Wunschgutschein-Website kaufen können. Durch die Aktivierung eines Sets von Gutscheinen können Sie in großen Geschäften wie Ikea, Rewe, Lidl, Metro, Adidas, H1M und 100 weiteren einkaufen. Schritt 1. Wunschgutschein im Ultima Store kaufen. Gehen Sie zu globalultimastore.com und melden Sie sich an, indem Sie auf Sign-in klicken. Suchen Sie nach Wunschgutschein in der Liste der verfügbaren Gutscheine und klicken Sie auf Buy Now. Füllen Sie in dem neuen Fenster alle erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Use This Address. Wählen Sie dann die Zahlungsmethode Cashback Points und klicken Sie auf die Schaltfläche Place Order. Das Fenster des SmartPay-Zahlungssystems wird geöffnet. Klicken Sie auf Yeah, I want that, um die Zahlung zu bestätigen. Fertig. Sie haben das Produkt bezahlt. Dies wird Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt. Um zum Ultima Store zurückzukehren, klicken Sie auf Continue Shopping. Wählen Sie nun My Account in der oberen rechten Ecke. Klicken Sie im linken Menü auf My Orders. Wählen Sie auf der Seite der Bestellungen die Option Completed – Erfolgreich abgeschlossene Bestellungen. Hier sehen Sie alle gekauften Gutscheine. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um die Details Ihres Gutscheins zu sehen. Sie sehen die Art des gekauften Gutscheins, das Datum der Bestellung, die Menge und den Wert. Um die Gutscheine selbst auf der Wunschgutschein-Website zu bezahlen, klicken Sie auf My Vouchers. Daraufhin wird die Liste der Gutscheine geöffnet, die Sie durch Klicken auf den Pfeil auf der linken Seite erweitern können. Um einen Aktivierungscode zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Get Voucher. Ein Gutscheincode wird dann in der Spalte Vouchercode angezeigt. Kopieren Sie ihn. Sie können den Gutschein auch im PDF-Format herunterladen, indem Sie auf das Kopiersymbol in der Spalte Action klicken. Der nächste Gutschein wird in 30 Tagen verfügbar sein. Schritt 2. Aktivierung des Gutscheins auf Wunschgutschein Sie können den gekauften Gutschein auf der Website Wunschgutschein sofort verwenden, um die Waren zu bezahlen. Um den Gutschein zu aktivieren, führen Sie folgende Schritte aus. Erstens gehen Sie auf www.wunschgutschein.de Zweitens gehen Sie zum Abschnitt Gutschein einlösen. Drittens geben Sie Ihren Code in das entsprechende Feld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Gutschein einlösen. Fertig. Genießen Sie Ihr Shopping mit maximalem Vorteil.